Hi Leute, ich freue mich, dass ihr euch dazu entflossen habt, mein Video zu gucken. Was möchte ich euch denn heute zeigen? Eigentlich möchte ich euch nur mal so ein bisschen das Spiel R-Conflicts zeigen. Ich habe jetzt nicht so die Auswahl das Spiel hier bei mir. Schaut es euch an und habt Spaß. So, jetzt habe ich erstmal die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich die Schlacht direkt fliege oder ob ich erstmal einen Patrouillenflug mache. Ich mache glaube ich erstmal einen Patrouillenflug. Ja, hier Staffel nehme ich. Da ich ja jetzt schon weiß, dass es hier um Luftkämpfe geht, schnappe ich mir lieber den schnellsten Flieger. Das ist die Zero. Und, ähm, pack mir da mal ordentlich was drauf an Waffen. Bomben brauche ich eigentlich nicht. Egal, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, dann starten wir mal. Bombenflugzeugträger. Jetzt muss ich erstmal die Ds nachfinden. Wenn man auf dem Radar ist, ähm, so ein Teil oder so mal hin und her schwingt, das zeigt mir immer wie nah oder wie weit ich weg von den Gegnern bin. In dem Fall, ihr seht, das wird immer breiter und breiter. Das heißt, ich komme näher. Ich habe jetzt hier mit Abstand die schnellste Kiste. Deswegen gebe ich auch mal ein bisschen Gas. Das ist mal so eine Truppe ist, glaube ich. Hier hinter mir. Ah, hinter mir. Ah, meine Staffel. Ah, da sind sie. Da haben wir auch schon die Gegner. Okay, meine Flotte. Ich muss ja also verteidigen. Machen wir das doch. Wahrscheinlich Bomben. Aber ich habe die Position. Stark. Die soll ich kriegen. Und los geht's. Wow. Das ist ja doch schon schiefgegangen. Da muss ja aufpassen, dass hier nicht rammen, weil das, äh, kostet dann kein Flugzeug. Ja, ich sehe schon, wie viel schneller als die. Das ist auf jeden Fall gut. Ich habe zwei verschiedene Munitionen. Einmal richtig fettes MG und das ist das normale MG. Das richtig fetter MG hat aber nicht so viel Schuss. Wow. Kommt auf mich zu. Kommt auf, kommt auf, kommt auf, kommt auf. Hier müssen wir keine Bombarden. Jawoll. Ach, scheiße. Nein, nicht aufgepasst. Zu weit nach vorne geguckt. Macht nichts, hab mal gut so weiter. Hä? Wieso fährten wir die Reifen aus? Soll mal wieder reinfahren? Dich krieg ich. Komm her. Ja. Hier. Wir müssen langsamer fliegen. Moment. Und wieder Gas geben. Wuh. Der ist aber doch wegfindig für'n Bomber. Da muss ich mal abdrehen. Dann schnappen wir uns den da. So vorne ist immer die Stelle, äh, wo man hinschießen muss, um ihn zu treffen. Macht natürlich keinen Sinn, direkt auf das Flugzeug zu schießen. Wo die Kugeln alle vorbeigehen. Wow, der ist direkt neben mir irgendwo. Aber das ist auch einer von meinen Leuten. Ich werde jetzt nicht nochmal einen Zusammenstoß provozieren. Was sind die denn so weit weg? Verklopfen oder was? Wow. Der hat jetzt auch wieder fast gekracht. Wow. Die sind ja schon fliegt, die Schweine. Da stürzt einer ab. Da schnapp ich mir erst bei dem Hinteren. He, geht doch. Und noch einer. Wo ist er? Da rechts. Alles klar. Alles klar. das ist bei euch zusammen zu stoßen da wurde ich mit dir zusammen zu verrägern wohl kleiner bug war er so aus als hätte ich ihn doch wohl erwischt und er hat mich auch kommt schon wir waren zappeln der kleine waren geschafft da kommt schon die nächste wechsel mal den flieger rüber 1 2 3 4 5 6 sollte machbar sein sollte machbar sein schnappen uns mal erst die hinteren die schmeißen ihre bomben wohl ab das da oben ist übrigens also der beiden den man da sieht das ist noch mal eine flotte die die helfe von einer flotte kommt schon gibt's doch nicht ich krieg dich einmal abbremsen und gas die dickeren geschütze und dann geht das nix da nix da Ja, die alle auf einmal hinten anstellen. Oh, wo ist er denn? Ah, da. Und weg. Was machen wir denn noch welche? Meine Schiffe haben auch schon gut gelitten. Mal drüber fliegen. Ah. Nee, nee. Das geht so nicht, Jungs. Da müsst ihr landen. Oh, hart. Komm schon. Jawoll. Ah, hier geht der nächste Amerikanerbahn. Und der nächste. Das war's. Ich denke, ich habe gewonnen. Jawoll, müsst ihr uns Ziele reinstellen. Das ist schön. Die machen wir mal zurück. Ich darf noch landen. Ich mache das jetzt mal. Ich habe am Anfang immer ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, wie man denn das verdammte Fahrwerk aus oder auch einfährt. Jetzt habe ich es rausgekriegt auf der Playstation 4. Macht man es mit Pfeiltaste nach oben. Beziehungsweise Steuerkreuz nach oben. Ich bin auch weiter weg, als ich es gedacht habe. Ja, fliegen wir mal von da an. Ich kann es mit Pfeilt ein bisschen rausnehmen. Ich muss schon mal das Fahrwerk so langsam ausfahren. Ist das ausgefahren? Oh nein, oh nein. Zu weit. Aber Glück gehabt. Egal. Nächsten Anflug. Dreh mal nochmal um. Versuchen wir uns nochmal. Nein, nein, nein. Oh, da war ich wohl zu schnell. Scheiße. Naja, okay. Jetzt habt ihr uns zumindest mal gesehen, wie so eine Mission ja abläuft. Das war ja eine Patrouille. Und da, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.